Willkommen auf der Saatbox und machen wir direkt mit der zweiten Box weiter von dem Vertief Anniversary von den Gigi Bungo. Falls ihr die vorangegangenen Videos noch nicht gesehen hat, in der Videobeschreibung ist eine Playlist, da sind alle weiß-schwarz Sachen drin und bei den aktuellen ist dies das Unboxing der ersten Box mit drin. Und noch jede Menge andere Sachen von weiß-schwarz. So, gucken wir mal, was wir diesmal für eine Promo haben. Going first. Passt ja, ich habe schon die Going second. Das heißt, jetzt habe ich meinen ersten richtigen Going first Going second Karten. Ich hatte schon mal welche, aber die waren von Shoko, Shiko. Gut, ja. Wieder acht Booster werde ich jetzt auspacken. Oh, das passt ja gerade. Ich habe sogar noch die anderen Karten hier. Wir haben sogar, habe ich sogar gleich die passende oben liegen noch. Als ob das ein Zeichen war. Der regular geht es direkt los. Der Support Timer. Das muss irgendwas altes sein. Da habe ich gleich nochmal das von Going first. Eine Turbo Karten in Double Rare und Level 3. Und da kennst du schon von der nächsten Booster Box die erste. SR durch. Eiersee. Und sieht schön an. Auch möglichst zwei Mal. Also. Und noch ne Mal. Und nochmal E6. Davon probiere ich ganz viel. Und noch eine Lena. Wenn das jetzt bei jedem Booster klappt, gibt es ja noch mehr von E6. Nehmen jetzt mal. Ja gut, aber gerade ist auch. Okay. So, dann muss die Hälfte über die Schritte. Doppel-Clear Einfacher Rearble Level 3 und die große zünder in den ganzen ja dann bin ich mit der ersten hälfte des zweiten box dazu der zweiten box des ich bin durch ich habe fertig bis zum nächsten wort bis dahin ciao